Pantera Capital glaubt, dass binnen der nächsten 10 Jahre bereits über 50% aller globalen Finanztransaktionen über Ethereum laufen werden. Und Pantera Chief Investment Officer Joey Krug geht darüber hinaus davon aus, dass Ethereum nicht nur den Bitcoin outperformen wird, sondern auch andere Chains. Und warum er das glaubt, genau dieses Thema schauen wir uns heute im aktuellen Video gleich näher an. Ja, herzlich willkommen zu unserem YouTube-Kanal Crypt Report. Mein Name ist Alexander Mittermeier, bei uns geht es, wenn man um die Themen Bitcoin und Co. einfach erklärt. Ja, auch Ethereum hat in den letzten Monaten Federn lassen müssen, also vom Rekordhoch Anfang November 2021 ging es um etwa knapp 35% nach unten. Und Ethereum war in den letzten Tagen sogar kurzzeitig unter die Marke von 3.000 Dollar gerutscht. Aber dennoch bleibt festzuhalten, Ethereum hat sich in den letzten 12 Monaten deutlich besser geschlagen als der Bitcoin. Ich blende nochmal die Grafik dazu ein. Also für Ethereum ging es um knapp 220% nach oben, für den Bitcoin nur unter Anführungszeichen um knapp 25%. Und die Leute von Pantera Capital, einem großen Crypto Venture Fonds, die glauben, dass sich dieser Trend auch in den nächsten Jahren weiter fortsetzen wird. Und zwar deswegen, weil einfach Ethereum die führende Smart Contract Plattform ist, die meisten Entwickler hinter sich hat. Also wenn man den Zahlen von Electric Capital glauben darf, konnte Ethereum Ende 2021 bereits über 2.300 aktive Entwickler vorweisen. Im Vergleich dazu arbeiten derzeit etwa 400 Entwickler aktiv am Bitcoin-Netzwerk. Und das Wichtige an dieser Stelle ist, dass Ethereum momentan über 300 Neuentwickler jeden Monat dazugewinnt, die hier im Ökosystem arbeiten, neue dezentrale Anwendungen entwickeln. Und da kann natürlich Ethereum weiter wachsen, sein Ökosystem weiter expandieren. Und das hilft natürlich Ethereum, seine Vormachtstellung zu verteidigen. Und daher glauben die Leute von Pantera Capital, dass sich Ethereum nicht nur gegenüber dem Bitcoin behaupten wird, sondern auch gegen diese anderen neuen konkurrierenden Blockchains wie Solana, Polkadot, Cardano und so weiter. Die versuchen hier Ethereum Marktanteile abzunehmen. Und der Punkt an dieser Stelle ist, dass diese anderen Chains natürlich versuchen, über Geschwindigkeit zu punkten und dabei natürlich Trade-offs, also Kompromisse eingehen, um dieses Ziel zu erreichen. Und das wiederum bringt dann teilweise andere Nachteile mit sich, wie zum Beispiel bei der Dezentralisierung oder eben andere Schwächen, die diese Netzwerke angreifbar machen. Wie zum Beispiel Solana hat ja in den letzten Monaten mehrfach gleich mit diesen DDoS-Attacken zu kämpfen. Und das Netzwerk war dann kurzzeitig lahmgelegt. Also ihr seht schon, hier gibt es einige Probleme. Übers Solana mache ich demnächst auch ein Video. Und daher glaube ich, seid ihr auf diesem Kanal schon richtig, wenn ihr am Kryptomarkt am Laufenden bleiben wollt. Also es ist nicht nur so, dass andere Chains hier versuchen, Ethereum natürlich herauszufordern. Aber Ethereum entwickelt sich ja selber auch weiter. Versucht hier neue Skalierungslösungen zu entwickeln. Und über eine neue, spannende Skalierungslösung, die Ethereum ganz nach vorne bringen könnte. Über die sprechen wir gleich noch. Zunächst ein kurzer Blick auf den Ethereum-Kurs. Denn wie gesagt, zuletzt ging es kurzzeitig unter die Marke von 3.000 Dollar. Und wie es momentan mit Ethereum aussieht, das schauen wir uns jetzt auch mal mit schon an. So, wir sehen hier den Ethereum-Chart in US-Dollar. Die Preise kommen von der Kryptobörse Binance. Und heute ist der 13. Januar am Donnerstagvormittag. Und wir sehen den Ethereum-Kurs bei derzeit 3.354 Dollar. Ein kleines Minus von 0,5 Prozent heute. Nachdem der Ethereum-Kurs in den letzten Tagen schon kurz unter der Marke von 3.000 Dollar war. Also das Tagestief lag ja an der Kryptobörse Binance am 10. Januar bei 2.928 Dollar. Und jetzt scheint sich eine Kurserholung anzudeuten. Zumindest hätte Ethereum auf diesem Chart hier Luft an diesen MA25. Das ist der einfache 25-Tage-Durchschnitt heranzulaufen, der bei etwa 3.660 Dollar verläuft. Allerdings ist es so, dass dazwischen noch ein Widerstand wartet. Und zwar in Form dieser 200-Tage-Linie, die bei etwa 3.450 Dollar verläuft. Und wir können erkennen, dass seit Anfang November eine Konsolidierung bei Ethereum im Gange ist. Also wir hatten ja Anfang November ein Rekordhoch bei über 4.800 Dollar markiert. Aber seither fallen die Kurse und diese Konsolidierung könnte jetzt möglicherweise zu Ende gehen. Denn im Trendfolgeindikator MACD deutet sich jetzt ein Bullish Crossover an. Also diese türkise Linie schickt sich an, die orange Linie von unten nach oben zu durchbrechen. Also eine ähnliche Situation wie bereits Anfang Oktober bzw. Ende Juni. Daraufhin sind die Kurse deutlich gestiegen. Also das könnte jetzt wieder der Fall sein, aber das muss man eben noch 2-3 Tage abwarten, ob dieses Signal tatsächlich kommt. Der RSI-Relative-Stärke-Index ist nach wie vor in einem Abwärtstrend. Der RSI hat auch zuletzt eine überverkaufte Situation bei Ethereum angezeigt, als die Kurse unter die Marke von 3.000 Dollar gefallen waren. Und diese überverkauften Situationen sind in der Regel gute Kaufgelegenheiten. Das war zum Beispiel im März 2020 der Fall, als diese Corona-Krise seinen Anfang genommen hat. Auch damals war Ethereum überverkauft. Und wer damals zugeschlagen hat, der hat einen ansinnlichen Gewinn machen können. Aber wie gesagt, noch ist hier diese Konsolidierung noch nicht beendet. Das Umbalance-Burman-OBV befindet sich in einem leichten Abwärtstrend. Und das bedeutet, dass sich die Großanleger momentan mit Käufen zurückhalten. Das können wir auch an diesen Kerzen sehen. Die nicht besonders hoch sind, also derzeit überwiegen auch die roten Kerzen. Das bedeutet, momentan wird einfach mehr verkauft. Und das schlägt sich auch im Check-in-Money-Flow nieder, das seit Anfang Januar in den negativen Bereich gerutscht ist. Und das bedeutet, dass sich zuletzt eher Verkaufsdruck bei Ethereum aufgebaut hat. Und auch das 50-Tage-Momentum, das wir hier sehen, ist nach wie vor im Abwärtstrend, auch wenn sich hier unten eine Stabilisierung abzeichnet. Aber insgesamt unter dem Strich scheint Ethereum noch nicht über den Berg. Und wenn wir uns das Ganze auf dem Wochenchart ansehen, ich hoffe, dass er jetzt diesen Chart lädt, denn leider macht hier der Firefox seit einigen Tagen Probleme durch dieses Microsoft Update. Leider lädt der Chart nicht. Aber es ist so, dass sich hier auf Wochensicht nach wie vor der MACD Bearish gibt. Also hier ist dieses Bearish Crossover nach wie vor intakt vom Anfang Dezember. Und ich werde hier vor allem den MACD dann auf Wochensicht im Auge behalten. Erst wenn dieser dreht, dann will ich davon ausgehen, dass diese Konsolidierung zu Ende geht. Auf jeden Fall ist es so, dass, wie gesagt, momentan dieser Abwärtstrend immer noch Bestand hat. Auch wenn die Fundamentaldaten bei Ethereum nach wie vor in Ordnung sind. Also in diesem Ethereum 2.0 Deposit-Kontrakt sind inzwischen über 9 Millionen Ethereum im Wert von über 30 Milliarden Dollar geparkt, beziehungsweise eingesperrt. Also diese Ethereum sind nicht für den freien Markt verfügbar. Das ändert sich erst wieder, wenn diese Beacon-Chain, diese Proof-of-Stake-Chain mit dieser Proof-of-Work-Chain fusioniert verschmalzen wird. Und das wird tendenziell im Juni 2022 der Fall sein. Erst danach werden diese Ethereum wieder frei bewegbar sein. Und ich kann mir dann schon vorstellen, dass der ein oder andere Validator dann hergeht und dann seine Ethereum oder zumindest einen Teil seiner Gewinne mitnehmen wird. Also es gibt ja inzwischen über 280.000 Validatoren auf der Beacon-Chain. Und das wäre nicht überraschend, wenn hier der ein oder andere Validator dann, wie gesagt, Gewinne mitnehmen würde. Aber zu beachten ist auch, dass nach wie vor relativ viele Ethereum verbrannt werden. Durch dieses Inkrafttreten dieses London Hardworks Anfang August ist es so, dass momentan 11,6 Ethereum pro Minute verbrannt werden. Insgesamt, glaube ich, wurden knapp 1,5 Millionen Ethereum verbrannt. Und momentan beträgt die Burn-Rate etwa 6,1 Millionen Ethereum pro Jahr. Und wenn wir jetzt diesen Merger, also diese Zusammenführung dieser Beacon-Chain mit dieser Proof-of-Work-Chain simulieren, dann sehen wir, dass sich hier die Inflation nochmal deutlich ändert. Also deutlich deflationär wird, bedeutet, es kommen deutlich weniger Ethereum in den Markt. Und bei der aktuellen Burn-Rate von 11,6 Ethereum pro Minute wird dann die Ethereum-Menge nochmal deutlich verringert. Und das ist ebenfalls das, was es zu beachten gibt. Also es werden nicht nur Ethereum frei, sondern durch diesen Merger kommen auch weniger Ethereum in den Markt. Und Ethereum wird dadurch deutlich deflationär. Wie wir gerade gesehen haben, ist der kurzfristige Abwärtstrend bei Ethereum trotz dieser Kurserholung nach wie vor intakt. Ich würde hier, wie gesagt, den Trendfolgeindikator MACD sowohl auf Tagessicht als auch auf Wochensicht im Auge behalten. Wenn sich hier ein Trendwechsel ergibt, dann würde ich hier wieder steigende Kurse erwarten. Ich jedenfalls sehe Kurse unter 3000 Dollar bei Ethereum als Kaufgelegenheit an. Insbesondere für Anleger, die sich hier langfristig engagieren wollen. Aber das ist nur meine private Meinung, keine Anlageberatung. Eine andere Meinung als Pantera Capital vertreten die Leute der US-Bank JP Morgan. Diese Leute glauben nämlich, dass Ethereum seine dominante Position im DeFi-Bereich verlieren könnte. Darüber kann man natürlich auch sprechen. Und genau das machen wir auch am kommenden Samstag. In unserem Krypto-Report sprechen wir darüber, wie es bei Ethereum in 2022 insgesamt weitergeht. Und ihr wisst ja, unter crypto-report.de könnt ihr euch nach wie vor kostenlos eintragen. Und da bekommt ihr jeden Samstag immer kostenlos unseren Report ins E-Mail-Postfach. Kommen wir nochmal zurück zu unserem Hauptthema. Also nicht nur Solana möchte hier mit Schnelligkeit glänzen. Sondern auch Ethereum möchte mit Ethereum 2.0 mit dem Umstieg auf Proof-of-Stack zumindest seine Skalierungsprobleme im Ansatz lösen. Ethereum schafft ja momentan auf der Hauptschein nur zwischen 15, 20, 30 Transaktionen pro Sekunde. Und das soll künftig deutlich besser werden. Und vor allem auch andere Skalierungslösungen stehen momentan vor der Tür. Denn Stockware arbeitet an einer Zero-Knowledge-basierten Skalierungslösung, die Ethereum auf 100.000 Transaktionen pro Sekunde bringen soll. Und wenn wir über Zero-Knowledge-Proofs sprechen, dann sprechen wir über eine Kryptografie-Technik, mit der man einen Zustand beweisen kann, ohne dass man sensible Daten veröffentlichen muss. Zum Beispiel, wenn ich hier hergehe auf meinem Smartphone, das WLAN ein- und ausschalte, dann kann ich belegen, dass ich Zugriff auf dieses Telefon habe, ohne dass ich jetzt meinen Passwort, mein Kennwort offenlegen muss. Und genau darum geht es bei diesem Zero-Knowledge-Proof. Das Ganze schützt die Privatsphäre, verringert die Datenlast sozusagen auf der Hauptschein. Und das Besondere an dieser Stockware-basierten Zero-Knowledge-Proof-Technik oder dieser Skalierungstechnik ist, dass ich selber entscheiden kann, ob ich das Ganze jetzt als Zika-Rollup umsetzen möchte oder als Validium. Und das Ganze funktioniert noch dazu vertrauenslos. Das wird noch ganz wichtig, erkläre ich gleich später. Zunächst der Unterschied zwischen Zika-Rollups und diesem Validium. Also bei Zika-Rollups geht es darum, dass man tausende von Transaktionen Off-Chain sammelt und dann in einem Rollup-Block auf die Hauptchain schreibt. Und dadurch wird natürlich die Hauptebene sehr stark entlastet, hilft beim Skalieren. Und bei Validium geht es darum, dass man diesen Gültigkeitsnachweis Off-Chain sozusagen neben der Chain aufbewahrt. Das Ganze kommt erst gar nicht auf die Chain. Und dadurch kann allein diese Skalierungslösung dazu führen, dass ich bis zu 20.000 Transaktionen pro Sekunde abwickeln kann. Und das Besondere oder das Gute an diesen beiden Skalierungslösungen ist jetzt, dass ich sowohl mit Zika-Rollups als auch mit Validium meine Funds aus der Wallet jederzeit sofort abheben kann. Also ich muss nicht warten, bis diese Funds wieder frei werden, wie bei anderen Skalierungslösungen vielleicht, sondern ich kann das sofort abheben. Und das ist so der Vorteil dieser Lösung von Starkware. Also diese Zika-Rollups passieren quasi oder werden durch diese StarkNet ermöglicht. Das ist eine Second-Layer-Lösung, die von Starkware entwickelt wurde, um einfach bestimmte Vorteile umzusetzen. Und einer dieser Vorteile ist, dass ich alle Funds mit einer Wallet verwalten kann und dann über diese Wallet mit sämtlichen Second-Layer-Lösungen interagieren kann. Und der Vorteil ist einfach, dass das Ganze sehr vertrauenslos, absolut komplett vertrauenslos abläuft. Und das bedeutet, dass die Mathematik hinter dieser Technik sicherstellt, dass keine Funds gestohlen werden können. Also selbst wenn Darth Vader persönlich jetzt den Schlüssel zum Serverraum von Starkware hätte, alle Server hacken würde, auch dann könnten diese Funds nicht gestohlen werden. Also auch Starkware hat hier natürlich keinen Zugriff auf diese Funds. Daneben versucht Starkware momentan eine weitere Skalierungslösung weiter auszubauen, nämlich StarkX. Und dabei geht es um eine Second-Layer-Lösung, die bereits bei einigen DeFi-Projekten, wie zum Beispiel bei Diversify oder auch bei Sorare im Einsatz ist. Und über diese Plattform, die einige besondere Funktionen bietet, wurden bereits über 250 Milliarden Dollar an Transaktionen abgewickelt. Und diese StarkX-Plattform soll sozusagen als Layer 3 dann aufgebaut werden und dann einige besondere Funktionen bieten, dann dieses Netzwerk noch schneller, also Ethereum noch schneller nutzbar machen, noch günstiger nutzbar machen. Und das Ganze funktioniert natürlich auch komplett vertrauenslos. Noch ein kurzes Fazit zu diesem ganzen Thema. Also Starkware könnte Ethereum dabei helfen, massentauglich zu werden, denn momentan werden ja viele kleinere Nutzer noch davon abgehalten, Ethereum bzw. die DeFi-Anwendungen auf Ethereum zu nutzen, weil die Kosten einfach zu hoch sind. Also eine komplexe Smart-Kontrakt-Transaktion kann schon mal über 100 Dollar kosten, wenn das Netzwerk ausgelastet ist. Und genau da möchte eben Ethereum mit Ethereum 2.0 mit dem Umstieg auf Proof-of-Stake-Aphilfe schaffen und vor allem auch StarkNet mit seinen Layer 2 und 3 Lösungen. Und Starkware hofft ja, dass man mithilfe dieses StarkNet die Gaskosten auf Ethereum um den Faktor 100 bis 200 senken kann. Und Ethereum soll dann auch in der Lage sein, bis zu 100.000 Transaktionen pro Sekunde abzuwickeln. Und damit wird natürlich dieses Netzwerk für weitere, breitere Nutzerschichten interessanter. Und daher glaube ich, wird das Jahr 2022 doch ein wichtiges Schlüsseljahr für Ethereum werden. Und wenn ich mich hier und heute jetzt zwischen Ethereum und Bitcoin entscheiden müsste, dann würde ich hier auf Ethereum setzen. Privat bin ich sowohl in Bitcoin als auch in Ethereum investiert, habe aber Ethereum übergewichtet. Dann hätte mich aber auch eure Meinung zu diesem Thema interessiert. Wie seht ihr derzeit Ethereum? Glaubt ihr, dass Ethereum durch den Umstieg auf Proof-of-Stake und durch diese Layer-Lösungen von Starkware den Durchbruch bzw. den Sprung in den Massenmarkt schafft? Bitte kurz unten in die Kommentarliste. Ansonsten hätte ich mich über einen Daumen hoch gefreut, wenn euch das Video gefallen und weitergeholfen hat. Und ihr könnt natürlich wie immer an dieser Stelle meinen Kanal abonnieren und das Geckchen drücken, dann werdet ihr auch wieder informiert, wenn wieder ein neues Video von mir erscheint. Im nächsten Video am kommenden Dienstag geht es dann um meine Altcoin-Favoriten für das Jahr 2022. Und da wird dann die ein oder andere Überraschung dabei sein, glaube ich. Ich hoffe, ihr seid dann wieder mit dabei. Bis dahin sage ich schon einmal vielen Dank fürs Zusehen. Bleibt vor allem gesund. Ich wünsche euch schon einmal ein schönes Wochenende. Bis zum nächsten Video.